Hallo Leute! Ja, wir sind hier bei unserem CO2 Problem. Der Mordrak hat auch geschrieben, er hat mehr geschrieben. Er hat zwei Kommentare sogar geschrieben. Und, naja, das hier ist eine tolle Sache, aber das ist was für den Sodasprudler. Und dafür ist das eine gute Idee, den zu bauen, aber sonst ist es keine gute Idee. Und ja, ich bin voll der Experte, das hat er danach auch geschrieben, aber Automatisierungsexperte, das ist gut. Gut, ich habe da definitiv hier, sag schon, dieses Wasservernichten von, sag schon, CO2 da mit dem Scrubber oder CO2 Scrubber. Oder wie heißt der hier, warte mal, Luftreiniger. Der muss ja einfach zwei Luftreiniger hinstellen, hat er geschrieben. Dann muss ich einen Tank bauen und dann geht das schon, ne? Also bauen wir mal hier zwei von diesen Luftreinigern, dann brauchen wir noch einen Wassertank. Warte mal, der war bei Sanitär wahrscheinlich, oder? Nee. Basis war der da. Da ist ja Flüssigkeit. Der muss dann auch noch hier hin. Dann stellen wir mal da hin. Und dann müssen wir das dementsprechend anpassen und machen, ne? Ich wache mal, wir gucken mal gerade uns das Dingensanz, das Logo an und dann geht's weiter, ne? So, ja, hier seht ihr das, ne? Zwei Luftreiniger und der Wassertank und jetzt müssen wir natürlich noch die Leitung dazu anschließen, etc., ne? So, Sanitär. Dafür Wasserpumpe haben wir da. Wir brauchen jetzt eine Rohrleitung. Der Eingang befindet sich hier. Und, nee, warte mal, Eingang ist jetzt wieder mal so typisch hier. Ausgangsrohr, Eingangsrohr ist oben drüber, da also. Und dann gehen wir einfach hier rüber und schließen das hier irgendwo an, oder? Aber wenn wir das da anschließen, wäre schlecht, weil, ne? Da haben wir die Bude voll Wasser. Da anschließen wäre schon mal nicht schlecht. So, warte mal, äh... Die brauchen auch Wasseranschlüsse. Und zwar von hier. Und von da, ne? Und hier müssen wir dann schmutziges Zeug raushaben. Äh... Jetzt können wir erstmal so machen. Und... Dann wird's schon schwierig. Weil wir dann hier irgendwo erstmal weg müssen, ne? Äh, ne Brücke brauchen wir da noch. Wo war jetzt hier die Brücke? Braubrücke. Das Rohr ist da. So rum ist es richtig. Ja. Passt. Und dann können wir da weiter hoch. Und das schmutzige Wasser... Müssen wir wieder filtern. Warte mal, wo war die Leitung da jetzt? Ah, das wird ja hier kompliziert, sehe ich schon, ne? Muss da rein. Das heißt, hier ist irgendwie was falsch gelaufen. Hm. Dann muss das halt so laufen. Kommt hier weiter hin. Und da weiter hin, oder? Ich glaube, so müsste es sein. Hier muss das Ausgangsrohr hin. Da muss noch eine Brücke hin. Die ist diesmal richtig rum. Dann sollte das eigentlich alles so funktionieren, oder? Und wahrscheinlich fehlt uns noch der Strom da an der ganzen Geschichte, ne? Hier bei den Spurbahnen. Wo ist Strom? Da oben ist Strom. Hier ist auch schon Strom. So haben wir es. So müssten wir eigentlich den CO2 hier dann vernichten können, oder? So, dann hat ja der Moordrack natürlich auch noch geschrieben, dass man natürlich diese luftdurchlässigen, luftdurchlässigen Ziegel hier auch noch bauen sollte. Dann fällt das Ding jetzt auch noch runter. Lass uns mal gerade hier reinschauen. Das war, ja. Machen wir einfach hier mal hin. Keine Ahnung, ob das gut erstmal ist oder schlecht ist. Hier muss auf jeden Fall mehr gebaut werden. Die Leiter ist schon mal erstmal gut, ne? Dann brauchen wir hier mal ein paar Ziegel erstmal als normale Station zum Laufen hier. Das ist ja auch noch nicht fertig hier. So sieht's doch schon mal besser aus. Hier haben wir ein Abräumenbefehl eigentlich, oder? Ja. Aber die kommen ja jetzt erstmal. Die sollen auch nicht so viel aufräumen. So, da können sie erstmal noch hin, das ist schon passend. Aber hier könnte ich jetzt erstmal dieses Leiterchen zerlegen. Das können wir, glaube ich, auch zerlegen. Und das können wir auch zerlegen, weil die können da weiter bauen. Das sieht erstmal gut aus, oder? Hier fehlt noch eine Treppe. Die bauen wir auch noch dazwischen. Da hin. Rutsche geht schon ziemlich weit runter jetzt. Das ist schon mal gut. Und er macht hier irgendwas... Ah, Kreislauf. Ha, wollen wir noch nicht umgebaut haben. Coole Idee, ne? Ne, äh... Lüftung. Jetzt bauen wir das mal hier so da dran, ne? Dann geht das da auch rein. So, und dann müssen wir den abreißen. Jetzt haben wir gerade sehr viel Dingens hier durch die Gegend gepumpt. So, jetzt wird der Tank voll, oder? Mordak hat ja geschrieben, 150 Kilo mehr gehen nicht rein. Und dann müssen wir das in Kanistern abfüllen, oder wie war das? Für diesen Sprudler. So, jetzt müssen wir dann noch einen Kanister anschließen da, ne? Oder wie ist das? Kanisterbefüller. Kanisterfüller. Da ist der. Den machen wir mal da ein. Und dann brauchen wir noch ein Lüftungsrohr noch dafür. Und das kommt dann einfach da so rüber. Wahrscheinlich brauchen wir auch nochmal Strom für den Kanisterbefüller. Ne, braucht er tatsächlich nicht. Gut, und den Entleerer, den sollte man im Weltraum aufstellen, damit das wegkommt, hat er geschrieben. Weit, weit weg, ja. Das können wir erstmal so handhaben, oder? So, jetzt müssen wir mal gucken, dass das hier alles so ein bisschen vorangeht. Hier, äh, könnte man doch auch noch, äh, so ein Ziegel da hinbauen, oder? Ja, machen wir erstmal so und alles ist gut. Kommt man von hier nach da? Nein, kommt man nicht. Lassen wir mal gucken. Wie wird's denn? Wird's denn jetzt hier ein bisschen anders, war ich schon mal? Ich glaube nicht, ne? Doch, ich glaube, hier sind schon ein paar blaue Stellen jetzt reingekommen dadurch, ne? Aber wirklich gebracht hat's nicht. Das hatte Mordrak schon klar geschrieben, ne? Oh, jetzt ist... Was liegt denn hier? Sandstein, okay. Haar aufräumen, ne? Wir können hier mal ein bisschen Kupferlerärzt machen. Ja, das wird hier auch voller, ne? Das schmutzige Wasser. Wie sieht's denn auf, äh, ah, hier ist was passiert. Guck mal nach einer Blaupause. Hilfspaket, schicker Anzug. Oh, das nehmen wir auf jeden Fall. Ein schicken Anzug ist voll cool. So, nur gucken, wer den anzieht, ne? Äh. Also, warte mal, das können wir auch gleich hier noch angucken. Fertigkeiten der Duplikanten. Stinky. Also, Stinky können wir nichts machen, weil der hier schon ist. Aber, Dingens, können wir hier was machen bei Travaldo. Travaldo wird Pflanzenfeger machen. Äh, ja, der Mordrak hat noch geschieben. Schutzanzug macht er auf jeden Fall alles hier, ne? Ja, da ist jeweils nur einer für Pflanzenpflege und Viehzucht und so. Vielleicht ist das besser, wenn wir da erst noch einen zunehmen. So, jetzt gucken wir mal weiter. Hier, dann müsste der Stinky definitiv den Anzug kriegen, ne? Sonst, den wir hier gerade anpacken. Und den kriegt Stinky, weil Stinky dann ein bisschen mehr glücklich ist, oder? Jetzt ist die Frage, wann Stinky kommt. Aber er zieht ihn schon an. Sehr schön. Jetzt müssen wir gerade mal gucken. Äh. So, jetzt ist Stinky hier, aber da hat's doch nichts gewirkt. Ich dachte, das wäre so. Aber ist nicht schlimm. Bei Stinky machen wir jetzt aber nichts. Das hatten wir schon die ganze Zeit nicht, ne? Der ist hier auch schon durch mit dem Ding. Ja, okay. Passt erstmal. Einer muss auf Toilette. Ich hoffe, der kommt da auch noch früh genug hin, ja. Da ist auch jemand auf Toilette gegangen. Das passt erstmal. Hier ist... Nicht genug Strom eigentlich da, oder? Weiß ich nicht. Doch, müsste eigentlich da sein. Was macht der Strom hier unten? Ja, hier läuft's auf jeden Fall, ne? Aber Sauerstoff und Kohlenstoff. Was haben wir denn hier gemacht? Einen besseren Schacht, oder was war das Ziel hier? Oh, weiß ich schon nicht mehr, so ein Shit. Wahrscheinlich wollten wir den Schacht verbreitern, ne? Oder das reindrängen. Könnte auch sein, ne? Aber das mit dem Verdrängen, das hatten wir ja schon woanders irgendwo probiert. Hier war das hier. Könnte sein, ne? Oh, was ist das denn jetzt hier? Verschmutzter Sauerstoff. Ganz viel verschmutzter Sauerstoff mit mal hier. Hat sich hier irgendwas aufgelöst? Oder ist hier was reingekommen von... Wir basteln mal gerade eben was. Hier wollte man das auf jeden Fall irgendwo zudrängen. Ist das Wasser? Ne, das ist doch das. Tatsächlich Wasser. Hier wollten wir das machen, ne? Haben wir auch. Warte mal. Dann würde ich sagen, machen wir mal noch ein Ziegel da hin. Weiß aber nicht, ob das klappt, was wir da vorhaben. Hier die Keuchwurzen, die machen es kalt, ne? Hier geht es weiter hoch, aber... So wirklich hoch geht es noch nicht. Genauso wenig wie es runter geht. Weil hier auch noch nicht abgebaut worden ist. Weil wir hier diesen Dingens eigentlich irgendwie nutzen wollen, ne? Warte mal, dann machen wir hier aber mal... Geht die Leiter da hin? Ne, geht sie nicht, weil irgendwie war da was. In dem Geysir hier. Kann das sein? Weiß ich jetzt auch nicht. Ein Zyklus zu ändern oder was? Also das funktioniert, aber der ist gleich voll. Warum wird hier jetzt nicht weitergebaut? Was fehlt uns denn da? Granit. Ja, weiß ich nicht. Warte mal, da kann auf jeden Fall noch eine Treppenstufe hin. Okay, das heißt, wir sind hier so weit, dass wir hier auch die Leitern abreißen können. Zerlegen. Wir kommen jetzt hier rüber, ne? Das heißt... Das müsste alles abreißbar sein jetzt. Wann sie denn da hinkommen? Doch, ach, das geht ziemlich weit, sehr gut. Okay, da kommt er da lang und hoffentlich kommt er dann auch da rüber. Ah, Sauerstoff ist knapp. Was hat der volle Tank denn jetzt da unten bewirkt? Nicht so viel. Obwohl, hier sind ein paar Stellen jetzt reingekommen dadurch vielleicht. Aber das war es nicht. Aber dafür bauen wir jetzt hier unseren Wasserkanister, äh, Befüller, Kanisterfüller und dann müssen wir diesen Soda-Streamer noch machen. Ist der denn bei Sauerstoff dabei? Ne. Ist er bei Nahrung bei? Wahrscheinlich, ne? Haben wir den denn schon? Ich denke schon, ne? Fisch-Fütterer, Brutschrank. Aber ich sehe das Ding jetzt gerade nicht. Bei Sanitär vielleicht. Flaschenendleer, Flüssigkeitsfilter, ne. War das eine Station? Das könnte auch noch sein. Handwerkstation, Schnitz. Sauerstoffmasken-Lock, Schutzanzug. Sauerstoffmasken-Kontrolle. Hm, das war es leider auch nicht. Klimagerät. Wasserkühler. So das Klima, oder wie heißt das Ding dann? Ja, das finde ich jetzt mal gerade wieder nicht, ne? Strom, da wird das ja wohl nicht bei sein. Nahrung hat man mal geguckt, oder? Oder habe ich noch gar nicht erforscht? Könnte auch sein. Strom, Nahrung. Ist das das Ding hier? Fisch-Fütterer, ne. Das sieht alles nicht so aus. Ein Safter, Gewürzmühle. Das ist das auch nicht. Mini Flüssigkeitspumpe, ne. Ist das hier irgendwo bei? Ja, ich sehe es mal wieder nicht. Krankenhaus. Wasserkühler, da braucht man da kein Ding ins für. Herzreinlänger, Entsalzer, nein. Ne, das ist es auch nicht. Expresso-Maschine, nein. Ich finde das Ding nicht. Scheinlich bin ich schon dreimal dran vorbeigegangen. Kanister-Entleerer, okay, den müssen wir dann auch noch haben. Ja. Deadpacks. Das ist das wohl alle nicht. Das wird gerade gebastelt, ne. Ja, weiß ich jetzt auch nicht. Monat wird mir das bestimmt erzählen, ne. Wie hieß das Ding? Kann ich auch suchen, ne. Findet sich das dann hier? So, da war es nicht. Stromregelstation. Sprudler habe ich da stehen. Entsalzer und Erzreiniger. Surf-Simulator. Expresso-Maschine. Oxylitraffinerie. Molekularschmiede. Trinkwasser-Sprudler, da ist er. Ah, okay, den haben wir noch nicht erforscht, ne, oder? Dann kann das noch nicht gehen. Dann kann das noch nicht gehen, ja, aber warte mal. Ach, ich muss jetzt ja, irgendwo habe ich jetzt eine Forschung schon angefangen, oder? Oder habe ich gerade keine angefangen? Ne, dann macht den mal. Ich glaube, wir hatten keine Forschung am Laufen, dann passt das ja. Gut, dann würde ich sagen, soll es für die Folge auch reichen. Ich bedanke mich jetzt mal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine Auge auf Macht 1, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr damit, wer ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.